Wenn der jetzt nicht gestorben wäre, wären wir wahrscheinlich bald gestorben. Schutzgeist gegen Dämon. Wir sind so dumm. Eine Kote. Und dann da. 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 Falsche Sprache. Bisschen. Da ist ein Typ im Wasser gestorben. Ja, vielleicht hinter dem Stein ist Lut. Ich passe genau auf, wo ich hintrete. Da. Der ist ganz am Rand. Da hinten ist nur noch schwarz unten. Geh weg. Nein. Nein. Tepey der Wasserstein. Das ist so traurig der Name. Der hat sich das Spiel nur für diese Orte gekauft. Der hat... Das ist aber einer vom Spiel gemacht, weil der hat keinen eigenen Geist. Stimmt. Das heißt, es gibt welche, die vom Spiel sind und welche... Bitte geh da nicht. Ich gehe lieber raus hier. Ja. Aber das Wasser ist gut animiert. Alles ist gut animiert. Ich schaue aber noch dort drüben, ob da was im Wasser... Da ist noch ein kleiner Grüner. Ja. Wir haben alle. Nein, einer fehlt noch. Nee, oder? Juno, wie bist du da hingekommen? Ja, da hinten ist dann deine Party. Bitte, wie hast du dich zu ihm hingestellt? Was... Ich habe mich gebückt und dann dorthin gezeigt, wo er hin soll. Vielleicht sollten wir noch mal leveln, bevor wir da zum Selbstmord-Ding gehen. Ja, das Selbstmord-Booter-Schande. Aber da ist noch ein Item. Ich hole mir noch das Item. Wenn du da jetzt... Der Fernseher, der Fernseher. Wenn du da hingest, eine Szene aktivierst, haben wir Probleme. Die wurden angeheuert. Achso, ja, warte mal. Das hatten wir im Tutorial. Die Engländer haben ja Piraten angeheuert. So, wir aktivieren jetzt... Die Party, die Party. Schau, der putzt uns zu zweit. Und da ist ein zweiter, der am Dach chillt. Die putzen zu dritt? Ich finde die so cool. Die sind das Beste. Ich habe das Spiel nur dafür gekauft. Weil du wusstest, dass die davor existieren. Weil du davor wusstest, dass die existieren, zumal nicht so. Ja, genau. Wir brauchen mehr Fähigkeit. Wir brauchen ganz, ganz viel mehr. Bist du wahnsinnig? Das zweite bringt viel. Mach. Und was machen wir dann noch? Ausdauer. Was anderes? Ausdauer und Stärke vielleicht auch ein bisschen, oder? Oh, Ausdauer, dringend Ausdauer. Sag ich doch, warum hörst du denn jetzt? Tue ich doch, ich habe es jetzt gemacht. Und jetzt schau mal, wie viele kleine wir wirklich brauchen. Ja, da wollte ich eh auch noch. Acht von neun. Einer, der ist am Schiff wahrscheinlich. 10% Elixir. 2% Rüstung. Von dem haben wir noch keinen. 2% Amrita. 10% Wir haben von jedem zwei nur von einem Null. Die Bobs sind unterwegs. Ja, das sind die ganz speziellen. Die feiern so eine Party. Du hörst schon, wie die feiern. Am Anfang noch so ganz klein und jetzt schon voll die Mega-Party. Ich glaube, ich töte den fetten Trotz, also den großen hier trotzdem noch einmal. Weil der viel bringt, oder? Ja, und weil ich Angst habe, dass ich ihn sonst noch nicht aktiviere. Der ging jetzt einfacher. Weil er nicht ausgewichen ist. Der hat nicht einmal gecheckt, wo es abgeht. Wir können schon 1150 HP haben. Okay, ich stimme jetzt nicht zum Boot, sondern töte den hier. Ah, der hat einen Bogen. Das ist eine Schande. Was war das für eine Aktion? Du kannst die Spieler vor Cap kämpfen. Ich kann vor allem nicht. Ausweichen. Nicht spielen, ohne anzuvisieren. Ich hatte jetzt keinen anvisiert. Da ist nichts passiert. Nichts pass... Oh! Hat mich nicht gesehen. Der wollte das Loot haben. Dann hat er schon getan, als würde er dich nicht sehen. Das kann ich eigentlich echt gut verstehen. Der kann damit doch nicht umgehen. Das ist ein Pirat. Du siehst, dass die aber Low-Budget angeheuert sind. Zumindest teilweise. Wenn du die falsche Waffe verwendest. Ich habe es gewusst. Oh mein Gott. Das heißt, wir haben einen wahrscheinlich ausgelassen. Geist. 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 Das war's. Alter, okay, das war's für heute. Tschüss. Hilfe! Wo ist Feuer? Da ist Feuer. Hunde die... Au. Bist du wahnsinnig beim ersten Versuch? Hunde die essen. Ich liege am Boden. Ich kann nicht. Okay, Kopf draschen, Kopf draschen. Au! Und weg. Du musst unbedingt einen Proton leben. Ja, vergiss, das ist ein Testversuch. Ja, du haltst jetzt noch nicht. Du schaffst mal, was er kann. Okay, er kann draufhauen und drehen. Ähm, das ist Malizaris. Oh mein Gott, Wrecking Ball. Der hat sogar den Wrecking Ball. Der hat sogar zwar. Aber weißt du, was gut ist? Wir können zum Boss eigentlich stürmen. Es ist so nett, dass wir nicht ewig lang laufen müssen, um zum Boss zu kommen. Cool. Ist echt gut gemacht. Und jetzt kackst du beim Boss ran, ohne Ausdauer wahrscheinlich. Okay, nein. Nein, ich glaub, das heilt man sich da dazwischen. Das ist ja extra mit Cut ziehen. Ach so, ja. Und wir haben extra eingestellt, dass... Ja, überspringen. So, überspringt man. Hull sie! Jetzt schon? Wir haben gar keine... Wir haben... Wo, 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 wo? Da drüben, da drüben bei den Kisten. Und der pennt, während du stirbst. Komm her! Okay, schön. Au! Also nicht in der Ecke quetschen lassen. Und weg! Und weg! Weg! Der kann sich auch schnell rennen. Ah, das weißt du nicht. Ich bin in der Ecke! Und weg! Dieses Schnelldrehen! Weg! 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 Nee, 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 jetzt ist... Ah, ich dachte, wenn ich so weit innen bin, trifft er mich vielleicht nicht. Nein, so nett sind die nicht. Ja, das wäre zu schön gewesen. Warum du nie hörst, wenn ich weg sage. Ich, 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 ich... Du musst mit dem Boss reden. Nicht mit mir. Ich konzentriere mich voll auf den Fight. Red nett auf den Boss ein! So wie bei Axi und Dings. Ja, ja. Da hat's funktioniert. Ja, aber aus dem kann man kein Essen machen, hast du den gesehen? Ja, nur weil du kein Rezept kennst. Ja, willst du den essen? Ich nicht! Was? Der hat mich getroffen! Ich bin schon... Ah ja, Hunde ist ja wohl sauer. Ich habe ihn aber... Nein, nein, ich habe ihn doch geholt. Ach so. Dann war sie sauer. Das ist ein Gorilla der Tür bei ihm. Wir sind ein Samurai. Das ist ein Gorilla. Was sagt uns das? Das kennen wir doch nicht. Oh, verdammte Scheiße. Der lebt einfach ewig. Für den muss es ihm weggehen. Vielleicht wollen die, dass der so hart ist und dass du dir die Welt nochmal genauer anschaust. Nee, mit Hunde geht das nicht. Ja, aber es ist halt irgendwo... Bei Hunde hast du keine Luft. Das ist ein Hunde oder so. Und seine Attacken sind eigentlich echt simpel. Sie sind simpel, außer wenn er es schneller macht. Ja. Aber das macht er mir halt nur, wenn ich genau mitfällt. Ich kann mir halt... Was ist denn traurig? Der kann uns wieder kennenlernen. Kälte. Was? Kälte, nicht Kälte. Nein, das ist die Dämonen, weil die es nur rausräuchert. Ja. Ich wollte die... 100 Millionen Jahre und duschen. Oder beide. Vielleicht ist das eine und die selbe. Ah, schritte, ich wollte... Er hat den Fuß getroffen! Au, au! Au! Mein kleiner Zeh! Aber... Aber... Jeder, der sich schon mal den kleinen Zeh gestoßen hat, kennt das. Der kleine Zeh ist aber auch ein Arsch. Ja, der existiert nur, um ihn sich anzustoßen. Ich frage mich echt, wo der kleine Letzte ist. Ich glaube, der ist ziemlich am Anfang. Da haben wir, glaube ich, einen verpasst. Kriegt man eine Trophäe, wenn man alle hat? Wahrscheinlich. Aber ich hoffe eher, dass wir die Welt dann nachher einfach nochmal machen können. Wieso? Hundi. Ich bin jetzt schon halt tot. Und du hattest Hundi. Das war der Kipp. So, das heißt, wir haben jetzt kein Hundi mehr. Was hast du getan? Was hast du getan? Ich bin... Nein, nein, das heißt nur, dass wir unsere Seelen nicht wiederbekommen. Aber Hundi haben wir! Jetzt haben wir Hundi. Wir hätten ihn uns... Wir könnten ihn uns immer wiederholen, eigentlich. Aber wir verlieren dann Sachen. Also unsere Seelen halt. Hatten wir Seelen zum Labeln? Nicht genug. Wir haben ja extra vor dem Boss gelabelt. Ich weiß doch warum. Gott, ich habe schon Seelenprobleme bekommen. Du hast ein seelisches Problem. Was? Ja, ich habe gerade gesagt. Oh. Was? Nicht die 2e Attacke, nicht die... Das ist die Gemeine. Das ist so die böse Attacke. Der kann ich gegen das Ding ausweichen. Oh, ich muss weg. Ich dachte, der ist sehr beharrtbar als Miley. Was? Achso, wie Cyrus. Ja. Ja. Du könntest eigentlich mal Hundi probieren. Oh, shit. Ich muss weg. Was ist denn alles los? Ja, er ist gestunnt. Oh. Oh. Du kannst ihn stunnen. Die Kugel hat gerade gepackt. Ich hatte auch gerade keinen Stunnen mehr. Das war... Du könntest wirklich mal Hundi probieren. Oh. Okay, der nächste Versuch ist dann der Richtige mit Hundi und allem. Ich habe den aber auch einen Vorsatz. Was? Vorma, vorma, vorma! Was? Oh mein Gott. Bist du wahnsinnig? Gorilla Kacke Werf Modus. Das ist der Gorilla Simulator 2017. Au. Der Wrecking Ball hat mich erwischt. Okay, erst ausweichen nach denen angefangen zu werfen. Miley Cyrus ist sauer geworden. Ah, du hast die zweite Phase erreicht. Beim nur zehnten Versuch. Toll. Die dritte Phase ist dann, Gorilla zerstört die Welt. Oh mein Gott. Was soll denn noch als dritte Phase kommen? So aggressiv wie der jetzt schon ist. Er setzt sich hin und ist ein Cookie. Oh mein Gott. Das wäre so eine coole Form. Erstmal, erstmal muss ich Sachen hinmachen. Ernsthaft. Das hat mich erwischt. Wie wird das Schild angenommen? Ich bin jetzt schon wieder halb tot. Soll ich das wirklich machen? Du wirst nie lebendiger sein. Du wirst nie lebendiger sein. Von mir? Von der. Von Miley? Mhm. Was wollte ich jetzt machen? Hundi holen. Komm her. Ja, es tut mir leid. Okay, okay, jetzt fangen wir dann gleich voll heftig an mit Hundi. Und machen ihm wahrscheinlich einen Furz ab. Und dann tötet er uns. Und dann haben wir keinen Hundi mehr. Dann schämt er sich, weil er vor dir gefürzt hat und wird noch aggressiver. Das wärs. Aber ich glaub, das ist ein Dämon, der lebt im Furz. Der, der dampft kurz. Was? Warum? Habe ich nicht genug für uns? Das haben wir verloren, weil wir so zum Grab zurück geholt haben. Ich will den nochmal filmen jetzt. Ne, wir haben hier nichts von der Anzeige. Ja, es waren Punktelektungen. Au. Wenn wir, wenn wir Punkte sammeln. Was? Ich verwende es aber auch Elixier. Ich warte mal. Öl. Au. Ach so. Der tut so wie ich war dran. Wieso? Wieso ist das nicht schlecht? Oh, das ist okay. Der, 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 der zielt aber auch komisch! Weg! Ich wusste aber, dass der Mann immer wieder seine... Shit, shit, shit! Manche fällt unbedingt direkt an. Das ist doch nicht so, aber ich muss geworfen. Das ist doch nicht gut. Nein. Au! Nein, nein! Auf! Das wäre jetzt so nützlich! Können wir es eh machen! Nein, ich komme jetzt nicht weg! Nein, 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 nein! Wir haben gerade ungefähr alle unsere Elixiere verbracht.